Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Borderlands, der am 22. August passend zur Gamescom in Köln in deutsche Kinos startet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Melanie. Hallo Melanie! Hallo! Wir haben den Film vorab gesehen und jeder, der so ein bisschen aufmerksam diese Videospielverfilmung verfolgt hat, hat bemerkt, dass er in den USA bereits gestartet ist und dass er dort nicht besonders gut angekommen ist. Er wird schon verglichen mit Madame Web. Viele sagen sogar, Borderlands ist noch viel schlechter als Madame Web. Wie passend, dass wir beide diesen Film gesehen haben, Madame Web wie auch Borderlands. Das heißt, hier könnt ihr jetzt gleich erfahren, ist wirklich Borderlands so schlimm, wie alle sagen? Oder ist der vielleicht sogar noch schlimmer? Im Vorhinein müssen wir mal kurz abklären, Borderlands, das Videospiel, hast du es jemals gespielt? Nee, ich kenne aber Borderlands so. Also ich habe immer Freunde gehabt, die haben die gespielt. Und was ich auf jeden Fall von Borderlands mitbekommen habe, ist so dieser ganze Look. Also es ist ja so ein ganz spezieller Look, so sehr comicartig. Dann sind die Farben auch noch so extrem bunt, sehr gesättigt. Und was ich auch auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass das Ganze auch so einen ganz speziellen Humor hat. Ja. Weiß jetzt nicht, wie gut der hier oben kam im Film. Da kann ich mich einklicken. Also bei mir ist es genauso. Ich habe den ersten Teil vor Urzeiten mal angefangen und fand es auch ganz spaßig. Aber ich habe da nie wirklich mehr Zeit investiert. Ich finde den Look aber auch sehr prägend und auch sehr interessant. Ich glaube, es heißt Cell Shading Look. Aber da könnt ihr uns gerne in den Kommentaren berichtigen. Und ich weiß halt eben auch von Freunden, die das wirklich seit dem ersten Teil mit Hingabe spielen, dass Borderlands auch eine relativ große Marke ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Borderlands so groß ist wie ein Fortnite oder wie ein Call of Duty. Aber ich glaube, mit über 55 Millionen verkauften Exemplaren kann man schon sagen, ist diese Videospielreihe doch sehr, sehr erfolgreich. Und wurde jetzt zu einem Film umgewandelt und Regie führte Eli Roth. Und wie stehst du zu Eli Roth? Ich glaube, ich habe gar nichts von dem gesehen, weil der macht ja auch sehr viel Horror. Genau. Der ist ja auch Schauspieler. Der hat ja auch in den Glorious Bastards mitgespielt. Da erkannte ich den. Ich habe so ein Bild von ihm gesehen und dachte so, hä, das Gesicht kommt mir richtig bekannt vor. Aber nee, ich glaube, ich habe an sich keinen Film von ihm gesehen. Also ich finde, seine Karriere ist echt interessant, weil er wirklich, wie du schon gesagt hast, im Horrorbereich angefangen hat und mit so Sachen wie Hostel und Cabin Fieber schon so Genre-Fans durchaus glücklich gestimmt hat. Aber er hat halt hin und wieder auch mal so andere Filme gemacht, wie zum Beispiel diesen Fantasy-Film mit Jack Black. Ich glaube, war auch Cate Blanchett dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Und ich habe den Titel auch gerade vergessen, aber egal. Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass Eli Roth Borderlands gedreht hat. Wobei Borderlands durchaus in der Videospielvorlage brutal ist, aber halt eben auf so eine übertriebene und sehr cartoonhafte Art und Weise. Deswegen würde ich sagen, es passt eher nicht so zu der Gewaltästhetik eines Eli Roth. Aus diesem Grund war ich schon ein bisschen überrascht, dass er diesen Film dreht. Wobei man ja jetzt auch die Frage in den Raum werfen muss, hat er den Film überhaupt richtig gedreht oder durchgängig gedreht? Ich weiß gar nicht, wie sehr bist du vertraut mit der Hintergrundgeschichte von Borderlands, dem Film. Ach, also sehr gut vertraut, weil du es mir erzählt hast. Oh. Ja, und ich habe selber heute noch so ein bisschen was nachgeguckt. Ja, willst du was sagen? Soll ich was sagen? Nein, also bitte. Es ist immer besser, wenn jemand mit einer schönen Stimme was sagt als ich. Deswegen kannst du uns gerne mal aufklären. Ach, bitte. Jetzt hör mal, ja. Also, jetzt mal. Nee, aber bitte, klär uns mal bitte alle auf, weil die, ich schicke voraus, die Hintergrundgeschichte und die Entstehungsgeschichte von Borderlands, der Film, ist vielleicht spannender und interessanter und vielseitiger als der Film an sich. Also, was ich heute gelesen habe, war, dass der bereits 2015 angekündigt wurde. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, wann die Dreharbeiten begonnen haben, jetzt offiziell, aber auf jeden Fall ist es ein paar Jahre her. Hast du irgendwie ein Datum ungefähr? Also, ich, ich habe kein Datum genau. Ich kann dir nur sagen, dass die Dreharbeiten wurden offiziell 2021 abgeschlossen. Okay. Das lässt darauf schließen, dass sie 2019, allerspätestens 2020 angefangen haben. Ich habe auch auf jeden Fall gelesen, dass das Projekt auch sehr lange Zeit rumgereicht wurde. Und es gab insgesamt sieben Drehbuchautoren, die an dem Teil geschrieben haben. Also, ja, wurde das wahrscheinlich auch nochmal ziemlich oft alles umgeschmissen, verändert. Dann hat man den Film ja dann wahrscheinlich 2019, 2020 abgedreht und er sollte dann halt in die Post-Production gehen. Und irgendwie da hat man dann ja entschieden, dass man ihn doch statt R-Rated dann PG-13 machen möchte. Und da muss man ja eben ganz viele Nachdrehs machen, weil man ja den Film eben wie einen R-Rated-Film abgedreht hat. Und da auch sehr viele Köpfe abgetrennt wurden, Füße abgetrennt wurden. Also, der war wohl sehr blutig, was ja auch irgendwie für so einen Eli Roth Sinn ergibt, ne? Wenn er eben auch so ein Horrorfilm-Regisseur ist. Ja, und dann wollte Eli Roth aber auch nicht mehr die Nachdrehs halt begutachten quasi als Regisseur. Er hat ja dann auch Thanksgiving gemacht. Also, er war schon längst bei einem nächsten Projekt dran, ne? Und dann haben die halt diesen Tim Miller als Regisseur angeheuert, der die Nachdrehs dann, ja, beaufsichtigt hat quasi. Und er, also das Ganze war halt super aufwendig, weil man sehr viel scheinbar nachgedreht hat. Man muss halt sagen, dass Tim Miller eine sehr interessante Person ist, weil er hat nicht nur den ersten Deadpool gedreht. Der ist auch so mit der Initiator von Love, Death & Robots. Ach krass. Wem das was sagt. Also, das ist durchaus auch ein fähiger Mann. Er hat auch den letzten Terminator-Film gedreht. Und ich möchte jetzt sagen, wenn wir gleich irgendwie über Borderlands schimpfen, das liegt nicht an Tim Miller, weil ich glaube, Tim Miller auch nur der, ja, der Gehilfe war, der letztlich nur auch nur das gemacht hat, was das Studio verlangt hat. Denn ich glaube, dass, wenn Tim Miller wirklich auch kreative Entscheidungen gehabt hätte, sähe der Film vermutlich dann doch ein bisschen anders aus. Und was ich noch interessant finde, dass unter diesen sieben Drehbuchautoren wird nur einer genannt im Abspann, glaube ich, neben Eli Roth. Das ist ein gewisser Joe Crombie, aber diesen Joe Crombie gibt es gar nicht. Joe Crombie ist ein Pseudonym für Craig Mason, der aktuell auch arbeitet an der zweiten Staffel von The Last of Us, hat also auch, hat schon bei der ersten mitgearbeitet und war auch der, ja, das Mastermind hinter dieser sehr erfolgreichen und sehr guten Miniserie von HBO, Chernobyl. Also, also jemand, der auch wirklich was kann. Und wenn der halt schon seinen Namen zurückzieht, weil er mit dem Endprodukt nicht zufrieden ist, dann sollten die Alarmglocken klingeln. Nein, wobei man ja auch sagen muss, wenn man weiß grob, was Borderlands ist und worum es geht, erwartet, glaube ich, niemand einen tiefgründigen Film, sondern wirklich mehr einen, ja, Spaß-Blockbuster. Jetzt frage ich dich mal ganz direkt, liebe Melanie, hattest du Spaß bei Borderlands? Gut, das war ja unsere Teleforschung zum Borderlands-Film. Nee, ich finde halt wirklich, also, ne, ich hab's ja gerade gesagt, ich verstehe halt, also ich kann mir denken, warum man irgendwie jetzt plötzlich PG-13 machen wollte, weil ich glaub, man hatte schon, man hatte schon quasi gesehen, was für einen Film man da vor sich hatte. Und war sich sicher, dass man eben auch nochmal R-Rated auf gar keinen Fall viel einspielen wird. Ist jetzt so meine Vermutung, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, das war allein schon eine richtig schlechte Entscheidung. Weil es A, nicht zu den Spielen passt, zumindest was ich jetzt gelesen hab, sind das ja eben auch sehr blutige Spiele, ne, eben sehr gewaltvolle Spiele. Und B, ähm, die Action wäre ja vielleicht wenigstens ein bisschen unterhaltsamer gewesen, wenn sie auch ein wenig blutiger gewesen wäre, oder? Also, ich würde, ich würde das jetzt, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dieser, wenn von diesem Film ein R-Rated-Cut existiert, und es wurden ja anscheinend wirklich, das hat ja so ein Stunt-Koordinator ausgepackt, wirklich auch brutale Szene gedreht von Eli Roth. Ähm, es kann also möglich sein, dass dieser Film irgendwann mal im Heimkino als R-Rated-Fassung erscheint. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ihm Gewalt wirklich hilft. Ja, weil die, der, also das Drehbuch ist ja schon, ne, der Plot ist ja schon die Charaktere. Ich meine, das ist ja, das ist natürlich, jetzt mehr Blut wird das natürlich nicht fixen, aber jetzt mein Gedanke ist halt, dass wenigstens so ein bisschen, wenn, du meintest ja gerade auch, dass es so ein Spaß-Blockbuster sein sollte, ne, dass du wenigstens da, was die Action-Sequenzen angeht, wenigstens dann das hast. Also, dass du wirklich mal so ein bisschen mehr quasi was Tolleres da bekommst, dass du dann wenigstens am Ende des Tages sagen kannst, okay, der Film war voll Banane, aber ich hatte ein paar coole Action-Szenen drin, die dann auch so ein bisschen Gore hatten. Ja, also, ich glaube, dass der, dem Film hätte so eine Art Action gut gestanden, wie jetzt aktuell bei Deadpool & Wolverine. Also schon blutig, aber halt auch so übertrieben, dass du es nicht ernst nehmen kannst und auch nicht, und auch ohne eine gewisse Intensität. Also, mal so als Vergleich, jetzt wo wir das aufgenommen haben, haben wir beide den neuen Alien geguckt und der ist ja auch blutig, aber der ist halt auch intensiv, da ist die Gewalt ja auch unangenehm. Aber im Gegensatz dazu würde ich jetzt sagen, so die Gewalt in dem Deadpool & Wolverine ist halt schon blutig, aber nicht unangenehm. Das ist schon eine andere Art der Filmgewalt und das hätte Borderlands wahrscheinlich schon gepasst, aber ich will dir ehrlich sein, ich glaube, in diesem Film müssten sie ganz, ganz viel verändern, dass daraus noch ein guter Film entsteht. Denn, also, man kann es ja ganz offen sagen, also, wir haben ja nicht alleine geguckt, wir waren ja noch Kollegen dabei und ich habe selten erlebt, dass das Kino unisono so einer Meinung war. Dieser Film ist halt aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Dingen einfach komplett gescheitert. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob sich da so viel geändert hätte, wenn jetzt nicht Tim Miller noch diese Nachträhte gemacht hätte. Ähm, und was ich traurig finde, alleine auf dem Papier hat dieser Film so viele Sachen, die mich neugierig machen. Alleine, du hast ne bunte Science-Fiction-Action-Comedy und die Hauptrolle spielt Cate Blanchett. Das alleine ist halt schon so, ich sag, oh okay, also Cate Blanchett ist eine grandiose Schauspielerin, die ich aber mehr so aus ernsteren Filmen kenne, die natürlich auch mal hier und da auch mal andere Sachen gedreht hat, klar. Aber normalerweise ist Cate Blanchett immer mehr Blue Jasmine oder, oder Tar und natürlich für viele auch Galaterien aus den Herr-de-Renge-Filmen, aber auf gar keinen Fall würde ich Cate Blanchett mit einer Videospielverfilmung in Verbindung bringen. Und das macht den Film auf dem Papier echt interessant. Hm. Was er dann aber daraus macht, hm, ne? Ja, weil der Cast ist ja gar nicht so schlecht, ne? Also, der Cast ist hochgradig interessant, wirklich, also ich kann mal kurz aufzählen. Wir haben Cate Blanchett, wir haben Kevin Hart, wir haben Jamie Lee Curtis, wir haben diesen Florian Montanou, äh, sorry, wir haben Jack Black als die Stimme von, äh, Claptrap, das ist so ein kleiner Roboter und wir haben diese Ariana Greenblatt, die ich unter anderem aus Barbie oder auch Love and Monsters kenne und wir haben noch Edgar Ramirez, wir haben noch Gina Gershon, wir haben noch den Komiker Bobby Lee in der kleinen Rolle. Also, also, wie gesagt, alleine, wenn man das liest auf dem Papier, klingt das nicht uninteressant, bis man dann bemerkt hat, das Papier war dann vermutlich dann doch Klopapier. Aber, meine Liebe, ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, wie wir den Film fanden und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen, äh, genauer ins Detail gehen, warum wir ihn nicht gut fanden. Jetzt gibt es aber vermutlich da draußen Leute, die jetzt sich fragen, okay, ich höre euch jetzt seit knapp 13 Minuten zu und ich habe immer noch keine Ahnung, worüber genau redet ihr. Ja, der Film heißt Borderlands, ist eine Videospielverfilmung und Melanie, kannst du uns eben grob sagen, worum es geht. Ein Einsatz. Yeah. Also, die Schatzjägerin Lilith kehrt unfreiwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück und geht eine Allianz mit einem Team von Außenseitern ein. Dazu gehören unter anderem ein ehemaliger Soldat, eine abgeklärte Wissenschaftlerin und ein Roboter, der immer alles besser weiß. Gemeinsam kämpfen sie gegen außerirdische Monster und gefährliche Banditen, um ein verschwundenes Mädchen zu finden, das den Schlüssel zu unvorstellbarer Macht besitzt. Also, ich finde diese Inhaltsangabe irgendwie sehr generisch. Ja, aber passt da zum Film. Ja, also, du liest das schon und denkst so, okay, habe ich schon irgendwie zehnmal gehört. Ja, ja. Als der Film angefangen hat und wir wussten ja ungefähr schon, was uns erwartet, weil die Vorabstimmen aus den USA ja, wie gesagt, wirklich desaströs waren. Dieser Film fängt an und ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, nach ungefähr so 10, 20 Sekunden, und ich habe das gedacht, was mein erstes Blind Date damals zu mir gesagt hat. Okay. Gott, bist du hässlich. Dieser gesamte Film ist einfach pottenhässlich und sie versuchen, glaube ich, schon diese Stilistik der Vorlage einzufangen, aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein Spiel spielst oder einen Film guckst. Dieser Film ist, ja, ich glaube dabei, er ist einfach pottenhässlich oder siehst du das anders? Also, ich kann ja gerne nochmal den Vergleich ziehen. Ich habe, das war gestern, habe ich morgens Borderlands gesehen und dann habe ich abends Alien Romulus gesehen. Und das ist einfach nur krass. Das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn, wenn du so einen Romulus siehst, der einfach wunderschön ist. Das ist, der sieht unfassbar geil aus. Und dann hast du Borderlands, wo einfach alles gefühlt nur CGI ist, wo du es auch so, so deutlich siehst, dass es CGI ist. Also das ist so, also es sieht einfach nicht gut aus. Ich finde es halt ehrlich hässlich vom Look und es ist halt einfach nur ultra gekünstelt. Total. Was mich am meisten irritiert hat, es gab ganz oft Szenen, wo ich immer das Gefühl habe, ja, auf dem Bild sehen wir jetzt gerade Kevin Hart, Cate Blanchett und Jamie Lee Curtis so nebeneinander stehen, aber es wirkt trotzdem so, als ob die alle einzeln aufgenommen wurden. Ja, also ich finde wirklich, das ist für mich wirklich mit der hässlichste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, ja, doch. Und also, ich habe so Stimmen gehört, die meinten, die Kostüme sehen auch immer aus wie Cosplay. Und das stimmt. Das finde ich aber gar nicht so wild, weil das passt irgendwie. Es geht zu mir um das Ganze, drumherum diese ganze Welt. Du hast halt, wie gesagt, kein einziges Mal das Gefühl, dass du wirklich was Echtes siehst, außer halt diese Schauspielerin. Ähm, selbst, also zum Beispiel die Perücke, die Cate Blanchett dreht, die, die passt dir eigentlich gar nicht. Aber das, das fand ich irgendwie doch fast ganz charmant. Auch dieses, wir umarmen einfach, ähm, diese, diese, diese Unsehnigkeit der Vorlage. Das, das fand ich toll. Aber du musst es halt schon in der Welt spielen lassen, die an und für sich auch authentisch wirkt in ihrem eigenen Kontext, ja, in ihrer eigenen Logik. Und das passiert hier null. Das wirkt wirklich so, als ob jemand versucht hätte, eine, ja, Zwischensequenz aus einem Videospiel nachzuspielen. So wirkte das auch. Ja. Nee, also ich, ähm, ich meine, ich fand das Kostümdesign noch okay. Das war für mich jetzt so einer der Punkte, die ich noch, wenn überhaupt, positiv ein bisschen rausstellen würde. Also es ist halt wirklich okay, so für mich. Ähm, und auch manches Setdesign ist okay, aber, ähm, dann gibt's halt, also es gibt so ein paar Innenräume, aber alles andere ist halt so, nee, wirklich, nee. Also das, das passt perfekt, weil dieses, nee, nee, das ist, so hab ich mich halt wirklich durchgängig 100 Minuten gefühlt, als ich diesen Film geguckt habe. Und, und alleine, wenn du halt überlegst, was da auch für Talente von der Kamera wirklich verbraucht werden, ähm, weil, wie gesagt, Cate Blanchett ist, ist eine tolle Schauspielerin. Jim Lee Coyle ist eine tolle Schauspielerin, aber, äh, hier, ich weiß, dieser Begriff ist überstrapaziert, aber ich habe oft dieses, 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 dieses Cringe-Gefühl gehabt. Vor allem immer dann, wenn Cate Blanchett gezwungen wurde, auf cool zu machen. Das war wirklich ganz oft sehr, sehr schlimm und schwer auszuhalten. Ähm, weil ich hab nichts gegen coole Figuren, aber diese Lilith, die war, die war mir, die war nur cool, nicht, nicht mehr. Das hat nichts gebracht für mich. Naja, also, wenn du, das ist ja auch, äh, weißt du, ich mein, man muss ja wirklich noch sagen, von all den Charakteren ist sie ja tatsächlich die einzige Figur, die so ein bisschen Hintergrund bekommt. Also, sie bekommt ja wirklich noch den, am meisten von allen Hintergrund. Der Rest ist ja wirklich komplett blass. Aber sogar das, was wir von dem Hintergrund, äh, von ihr bekommen, ist einfach so, es ist so, einfach so schlecht geschrieben. Und dann versucht man da auch irgendwie so eine, so eine, ähm, Rückblende auch einzubauen, die für mich auch komplett, komplett unrelevant ist, irgendwie so. Also, das hätte man gar nicht gebraucht, irgendwie so. Also, nee, ich, also, ich find eh diesen ganzen Twister auch am Ende, das ist so, es ist so generisch, es ist so unspektakulär und so uninspiriert. Es fühlt sich wirklich an, ich hingeklatschte, so jemand, der schreibt grad so sein erstes Drehbuch gefühlt, so, weißt du? Dann würde sowas bei dir rauskommen. Was ich halt auch wirklich, äh, krass finde, ähm, ich, ich hab ja den Cast gelobt. Und Cate Blanchett kann alles spielen. Aber wir haben dann eben das andere Problem. Und ich möchte jetzt nicht auf Kevin Hart draufhauen. Ich hab nix gegen Kevin Hart. Ich find den je nach Film mal okay, mal nervtötend, mal überzeugend. Und, aber hattest du oder konntest du abnehmen, dass Kevin Hart ein, ein total tapferer und total, äh, waffenerprobter Soldat ist? Also es wird behauptet. Es wird behauptet, genau. Also das Ding ist, Kevin Hart ist so egal in diesem Film. Das tut mir halt so ein bisschen leid, weil, also ich, ich mag ihn, glaub ich, eigentlich. Aber, ähm, der ist auch so, er ist für mich so weggeschmissen hier, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass seine Figur so ein bisschen mehr, ähm, eigentlich auch Hintergrund hatte. Das wurde so ein bisschen angedeutet, aber das haben die ja gar nicht genutzt. Ja, sowieso. Also der Film fängt an, dass das er halt diese, diese Tiny Tina, äh, rettet. Äh, und ich hatte irgendwie das Gefühl am Anfang des Films, dass irgendjemand im, im Schnittraum irgendwie fünf Minuten weggeschnitten hatte. Weil ich dachte, weil es, es wirkte so, also ich hab nix dagegen, wenn ich in die Handlung reingeworfen werde, aber es wirkte irgendwie, als ob da wirklich fünf Minuten fehlen. Weil dann kommt halt dieser, dieser Krieg, es ist so ein Psycho, so ein maskierter Typ in der Axt, der gefährlich ist, aber irgendwie Tina total toll findet und, und dann wird gesagt, das sind Brüder und Schwester, aber sind sie gar nicht, aber es wird nie richtig erklärt. Und ich, ich bin ja dafür, dass einem nicht alles erklärt wird, ja, aber dieser Film ist halt so stellenweise auf eine sehr nervtötende Art und Weise absurd und, und seltsam, ähm, dass ich irgendwann nur da saß und dachte, Leute, ist das mir im Prinzip alles egal, aber was ich jetzt echt abfeiern würde, ist, wenn wir mal langsam zum Abspann kommen würden. Ich mochte den Anfang auch wirklich gar nicht. Also, ich mochte den überhaupt nicht. Also, erstmal gibt's ja so, ne, so das Typische, so, man wird grad in eine Handlung eingeführt, man, man kriegt irgendwie grad die Welt erklärt, ne, dann mithilfe von Cate Blanchett, so. Also, was sie, ja, immer sehr gut kann, so eine Welt erklären, zu Beginn. Aber, ähm, was ich hier richtig schlimm fand, war eigentlich so, dann, ab da, wo quasi Kevin Hart dann einsetzt, wo wir Tiny Tina sehen, das ist halt so, äh, also, da fängt's auch schon an, dass angefangen wird, die ganze Zeit unlustige Witze zu gerissen, also gerissen, ne, dass unlustige Witze gerissen werden, permanent am Stück. Dann ist das Ganze auch noch so richtig überstürzt. Also, ich stimme dir total zu, ich hatte auch das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt, weil du wirst so komplett reingeworfen, aber es fühlt sich nicht wie so ein, es ist kein positiver Aspekt, dass du so komplett reingeworfen wirst. Eigentlich ist das fast schon überfordernd. Und dann hast du auch schon so die erste Action und die ist für mich einfach auch viel zu zerschnitten. Das Ganze ist für mich irgendwie auch total, also, es war für mich sehr anstrengend zu gucken. Und es gibt so gar keine Atempause, irgendwie, so, dass du mal irgendwie einen Moment hast, sich irgendwie zu sammeln oder sowas, oder hier, wie gesagt, auch irgendwas erklärt zu bekommen. Und was ich ja eh auch richtig genial fand, dieser Charakter, dieser Krieg, ist für mich auch so, ich frag mich die ganze Zeit, warum er da ist. Weil, das ist für mich so eine Figur, die hätte man einfach ohne Probleme rausschreiben können, es hätte gar keinen Unterschied gemacht. Der ist für mich so unrelevant in diesem Film. Der sagt ja auch nur fünfmal was, also, wenn überhaupt fünfmal, der hat vielleicht vier Lines oder so. Ja, also, ich muss auch sagen, die meisten Dialoge, die dann kommen, sind auch so diese typischen Expositionssachen, die man dann bekommt. Der Schurke, gespielt von Edgar Ramirez, ist, kommt am Anfang, dann vergisst der Film, dass er einen Schurken hat und er hätte auch, glaube ich, gar keinen gebraucht. Und am Ende kommt er nochmal zurück und ich muss sagen, Edgar Ramirez hat früher mal einen richtig tollen Film gespielt. Mittlerweile, jedes Mal, wenn ich sehe, dass der Typ spielt mit, ist es für mich ein Anzeichen, dass der wieder so eine, wie bei Borderlands oder 0815 vergessen, werte Rolle spielt. Also, ob es jetzt hier The Last Days of American Crime auf Netflix oder dieses total unsägliche Point Break Remake ist, dieser Mensch tut mir wirklich leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig die ganze Zeit in solchen Sachen mitspielt. Aber gut, wir mussten es dann auch, wir mussten es uns ansehen, das heißt, jetzt leiden wir beide. Ach Gott, ich fand den so wirklich, also, ich glaube, da fand ich ehrlich den Bösewichtemann am Web besser. Oh, oh, okay. Das ist, das ist okay. Aber der, hier, der, der Wettkampf Borderlands bei der Web, das, das heben wir uns für den Schluss auf, weil das, das wird richtig spannend. Aber ich finde, wir, wir müssen da noch was, äh, auch reintun. Ich hab mir jetzt nämlich noch einen Film aufgefallen, der theoretisch so ein bisschen da mit, mit eingereiht werden könnte. Okay. Und zwar Rebel Moon Part 2. Den gab's ja auch noch. Okay, ja. Ich mein, ist natürlich kein Kinofilm, ist ein Streamer, aber, ähm, so vom Vibe? Ja, ich mein, ich, 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 ich gehöre ja zu den Glücklichen, die den ersten, den ersten Teil von Rebel Moon im Kino gesehen haben. Ach, stimmt. Ja, 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 ich bin, und ich, 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 ich mag ja den, also, was heißt mögen, ich finde Rebel Moon Teil 1 in der Kinofassung ja nicht so schlimm, wie er von vielen gemacht wird. Aber, ja, stimmt, die hätte man auch noch da mit reinwerfen können, ja. Ja, okay, das wird ein interessanter Wettkampf gleich, das wird ein interessanter Wettkampf. Ähm, eine Sache müssen wir aber auch noch ansprechen, und zwar gibt es ja diesen Roboter Claptrap, der in den Spielen, das ist so ein bisschen wie das Maskottchen der Spiele, und alle Leute, die ich in meinem Bekanntenkreis kenne, die Borderlands spielen, lieben Claptrap. Also, der muss in den Spielen wirklich total beliebt sein. In Borderlands ist er natürlich animiert, und das kann man sagen, auch okay animiert, also da geben sich keine Blöße. Und im Original wird er gesprochen von Jack Black. Wir haben den Film in der deutschen Fassung gesehen, und da spricht ihn der Komiker Kristall. Ich, äh, ich kenne Kristall, nicht persönlich, aber ich kenne halt so ein paar seiner Stand-Ups und hab nichts gegen den Mann, der, ich find den als Stand-Upper okay. Also, wie gesagt, ich bin da relativ leidenschaftslos, und ich würde ihn in der Hinsicht verteidigen, dass ich sage, der macht hier auch nur seinen Job. Und dass das unglaublich scheiße ist und unlustig, liegt nicht an ihm, sondern einfach am Source-Material. Und ich habe mir gerade eben zur Vorbereitung, soweit es ging, Promotion angeguckt aus den USA, wo du halt eben auch Jack Black hörst. Und ich will ganz ehrlich sein, ich bin fast froh, dass ich Kristall gehört habe, weil mich Jack Black wirklich in diesen, lass es fünf, sechs Minuten sein, die ich da gesehen habe jetzt, wirklich mehr genervt hat als Kristall. Und das muss man erst mal schaffen. Ja, also, dieser Claptrap ist halt wirklich, der kommt an, und am Anfang dachte ich mir so, ja, okay, ich find's jetzt nicht so schlimm. Und nach zehn Minuten hab ich mir nur gewünscht, dass dieses Scheißding explodiert. Wirklich, das war, das wäre, dieser Roboter wäre für mich ein Grund gewesen, den Film frühzeitig zu verlassen. Also, ich fand den wirklich, und das ist für mich auch wirklich einer der schlimmsten Punkte an dem Film, dass dieser Roboter und auch ein bisschen Tiny Tina, weil ich die auch echt, echt nicht mochte. Aber das, also, weißt du, es bringt auch nichts, wenn der Film selber darüber scherzt, dass er so nervig ist. Weil es ist wirklich nicht auszuhalten. Und vor allem, das Schlimme ist ja auch noch, dass er so viele Lines bekommt. Und er bekommt so viele Lines, also, die bauen wirklich so viel auf dem auf, so was auch den Humor angeht. Also, es ist halt wirklich, es ist so ein Trauerspiel. Also, ich bin mir nicht sicher, ich glaub, ich hab vielleicht mal an ein oder zwei Stellen so ein kleines, so einen kleinen Mini-Lacher gehört im Publikum. Aber ich habe wirklich kein einziges Mal gelacht. Nicht mal das Lange gehabt. Wir haben ihn ja zusammen geguckt und ich kann mich auch nicht erinnern, dass auch nur anders, falls irgendjemand mal gelacht hätte, wirklich groß. Nee, auf gar keinen Fall. Und was man auch noch sagen muss, das ist ja das Absurde an dem Film. Auf der einen Seite versucht er ständig, sich nicht ernst zu nehmen und lustig zu sein und übertreibt maßlos. Und wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen über die Action reden. Das hast du ja gerade eben schon getan, aber da habe ich auch noch ein paar Punkte. Aber, dann gibt es halt wirklich einen Moment in diesem Film, da will der mir wirklich weismachen, oh, jetzt kommt eine Szene, die ist total dramatisch und total spannend. Oh Gott, das ist so unangenehm. Wenn es natürlich dazu kommt, dass einer der Figuren, der vorher unantastbar war, sich für das Team versucht, in Anführungszeichen, zu opfern. Und dann versucht der Film mir wirklich klarzumachen, du, das ist jetzt übrigens sehr gefühlvoll und du musst jetzt da emotional motiviert sein. Ich denke mir, nein. Das ist für mich wie in Rebel Moon. Ja? Ja. Sorry, ich versuche gerade Rebel Moon Revue, was jetzt. Lassen, das fällt mir gerade echt schwer. Teil 2 ist doch da, wo sie das Feld bestellen. Nee, also, das ist für mich so ein bisschen dasselbe, weil die Charaktere im Borderlands sind ja so egal. Und dann passiert halt etwas mit denen, mit den Charakteren, aber es ist ja egal. Und der Film spielt es aber so richtig dramatisch auf. Und genau dasselbe war auch in Rebel Moon, vor allem auch in Part 2, wo du da wirklich so sitzt und dir denkst, ey, das könnte mir nicht egaler sein. Ja, und vor allem dann versucht der Film, die wirklich weiß, zu machen, ja, diese eine Figur, die ist jetzt gestorben für das Team und du weißt halt instant, nee, ist er nicht. Und dann so, oh, guck mal, er hat überlebt, ist das nicht toll? Ja, Wahnsinn, das überrascht mich so gar nicht. Und dann ganz zum Schluss, wenn die andere Heldengruppe in Bedrängnis ist und alles scheint verloren, wer taucht da wohl auf? Guck mal, die eine Heldenfigur, die fast gestorben wäre. Ja, ist mir scheißegal. Können wir mit meiner Meinung zum Abspann kommen, ich will meinen Bus vorbeibischen. Das ist, ja, also, dieser ganze Film ist gescheitert und ich meine, wir haben ja schon, oder wir haben schon so viele gescheiterte Filme hier besprochen und auch gesehen. Aber irgendwie ist Borderlands auf so vielen Ebenen gescheitert, weil du auch irgendwie merkst, sie versuchen irgendwie alles und schaffen dabei halt gar nicht. Also, wie gesagt, die versuchen komisch zu sein, die sind nicht komisch. Sie versuchen emotional zu sein, sie sind nicht emotional. Sie versuchen eine wilde Welt aufzuzeigen, sie ist aber nicht wirklich wild. Es ist auch nicht cool. Es ist fast schon faszinierend. Also, ja, genau. Also, ich finde Borderlands in seinem Scheitern ähnlich wie Madame Web fast schon faszinierend. Du hast übrigens noch eine meiner Lieblingsszenen vergessen. Welche von den drei Milliarden Lieblingsszenen, die du hast, habe ich vergessen? Ich muss jetzt ein bisschen umschreiben, weil es könnte ja ein Spoiler sein. Wo eine Figur sich plötzlich dazu entscheidet, die Seiten zu wechseln. Oh ja, ja. Das war, das war, man muss dazu sagen, das ist auch keine wirklich große Figur. Das ist so eine Figur, so, ich würde sagen, Ersatzspieler Mittelfeld, so würde ich es beschreiben. Ja, also, das ist eine Figur, die ist, hat eine Screentime vorgehabt von drei Minuten, vier Minuten. Wenn überhaupt. Und wurde auch, ja, und wurde auch wirklich so ganz klar als böse. Ich fand auch wirklich als böse, böse, weißt du so, also so, ne? Genau. 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 Also, man kennt ja so Figuren, wo man immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, so, okay, da steckt noch ein bisschen was Gutes hinter. Aber dann diese Figur ist einfach nur instant böse. Und dann war wirklich so außer mich so, ja, ich helfe euch jetzt. Warum? Egal. Ja, so richtig so, stopp. Das will ich nicht. Sag mal, ist heute Montag? Heute ist Montag, oder? Ach, verdammt, montags bin ich doch immer gut. Scheiße. Ich hoffe einfach, ich hoffe sehr, dass es so, dass es jetzt so komisch wirkt, weil die eine Szene rausgeschnitten haben. Und nicht, dass da wirklich jemand saß und sich gedacht hat, das können wir bringen. Also, da kann ich sogar vorstellen, dass da vielleicht noch ein, zwei Szenen sind, die rausgekattet worden sind, die das vielleicht ein bisschen erklären. Ja, ja. Das kann ja nicht sein. Aber trotzdem, da gebe ich dir recht, dieser Moment ist wirklich, also, da hätte selbst der Snyder gesagt, so, boah, Leute, da fehlt mir ein bisschen die Tiefe. Nee, also, das kannst du halt einfach keinem erzählen. Das ist so aus dem Nichts gegriffen. Also, das war wirklich der Moment, wo ich da saß und da wollte ich am liebsten so laut sagen, das kann nicht sein. Und da hätte ich den Saal verlassen. Aber es war klar, dass schon das Ende kommt, also. Ja gut, das muss man sagen, das hätte sich auch nicht mehr belohnt, weil ich glaube, da kamen noch sechs Minuten, aber der Film auch. Ja, aber, oh mein Gott, auch die sechs Minuten waren zu viel. Ja, kleine Anekdote, wie gesagt, wir haben den zusammen geguckt und ich bin ja jemand, ich bin ja so, wie alle anderen auch konditioniert durch die Marvel-Filme, dass ich immer noch so sitzen bleibe und warte, ob vielleicht so während des Abspanns noch was kommt. Und dann kam halt noch was und dann, das Lustige war, Melanie und ich so, boah, ja, warten wir noch und dann kommt da diese Mid-Credit-Scene, die, Achtung, Spoiler, einfach nur daraus besteht, dass Claptrap da auch ein paar Scherze macht. Scherze. Und wirklich, wir sehen, genau, wir sehen wirklich nur, dass Claptrap da alleine steht und wirklich, wir beide waren so schnell aus diesem Kinosaal raus, das glaubt ihr ja. Nee, ich hätte wirklich was kaputt gemacht, wirklich. Das war zum Schutz des Kinos. Ja, eine Sache, die wir noch, also. Die ich doch gerne bereden möchte, du hast ja schon die Actions erwähnt und der Film ist durchaus actionreich, also da passiert eigentlich immer irgendwas und ich bin ja auch wirklich ein Fan von Action und du hast ja jetzt gerade bei deinem YouTube-Kanal Melanie Kali guckst dir gerade die Stopp Langsam-Filme zum ersten Mal an. Oh Mann. Und ich wage mal zu prognostizieren, dass Borderlands in Sachen Action nicht mit Stopp Langsam mithalten kann, auf gar keinen Fall. Ich fand diese Action-Sequenzen furchtbar. Es gibt diese eine Sequenz, da kämpfen die in so einem, ja, in so einem Lager mit lauter Kisten und das ist so zerschnitten und jeder dieser Figuren, dir ist klar, da wird keiner sterben und die schießen einfach und dann fallen Leute um. Das ist so wirrgeschnitten, dass es Momente gab, wo ich wirklich dachte, warte mal, Lilith, wie kam die denn jetzt in diese Kiste? Warum ist die überhaupt in dieser Kiste? Also mir wurde dann gesagt, man sieht wohl, wie sie in diese Kiste reinsteigt. Genau. Und es ist also, keiner hat glaube ich erwartet, dass der Film von der Action her ein Niveau hat, wie jetzt zum Beispiel die letzten John-Wick-Filme, hat keiner erwartet. Aber mein Gott, das war mit einer der schlechtesten montierten Action-Szenen, die ich seit langer Zeit auf der Leinwand gesehen habe. Also da funktioniert auch wieder Rebel Moon besser. Ja, doch. Also ich habe ja jetzt den Directors Cut gesehen, zumindest den ersten Teil, den ich jetzt wirklich auch nicht so geil finde, aber da ist die Action schon echt besser, weil die hat zumindest auch so ein bisschen eine Art von Energie. Aber hier siehst du zwar, dass die ganze Zeit ballern. Trotz der Zeitlupe. Oh mein Gott, ich sage es ja wirklich, also das ist für mich halt so das Problem gewesen. Es war mir halt wirklich auch viel zu zerschnitten und es war mir dann halt auch einfach zu anstrengend zu gucken. So. Und ich finde, man merkt halt so gut den Unterschied, wenn etwas, also es ist ja nicht schlimm, wenn eine Szene hektischer gefilmt ist oder sowas. Da nehme ich jetzt auch gerne wieder Stürb Langsam 3 als Beispiel. John McTiernan hat ja auch so eine, immer so eine sehr dynamische Art auch Action-Sequenzen zu filmen. Aber du weißt, immerhin meistens immer noch was abgeht. Und es ist auch nicht so nervig, sich anzuschauen. Du guckst gerne natürlich hin, ne? Und hier ist es halt einfach so, also es ist halt einfach auch an mir vorbeigerauscht. So, weißt du, ich war einfach nur so, ja, okay, gut. Und was ich halt auch echt schade finde, und das weiß ich halt von der Vorlage, ich weiß aus den Videospielen, eine der ganz geilen Sachen an diesen Spielen ist, dass es wohl unglaublich viele Waffen gibt, die sehr verschieden sind. Also, du kannst dir, glaube ich, da auch diese Waffen selbst zusammenstellen. Wie gesagt, liebe Fans, wenn ich mir das Falsches erzähle, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Aber wenn ich so beim Kumpel Andreas, der wirklich großer Fan ist, so über die Schulter schaue, wenn der das zockt, dann schießt der da nicht mit Projektilen, sondern dann schießt der mit irgendwelchen elektrisch aufgeladenen Gummibumerang geschossen, die dann explodieren in giftigen Nebel oder so. Und das hat halt Borderlands der Film nicht. Die schießen halt alle vermutlich mit Projektilen und Tiny Tina wirft mit explosiven Teddybären. Und das war es dann auch. Also, da muss ich auch sagen, sind sie schon sehr weit weg von der Vorlage und bieten halt wirklich auch nur das Nötigste. Und ja, es ist ein Trauerspiel, dieser Film. Es fühlt sich halt einfach hingeklatscht an. Ja, und wenn man bedenkt, dass der Film jetzt seit knapp drei, vier Jahren eigentlich in der Mache ist, hätte man eigentlich gedacht, dass der nicht so hingeklatscht wirkt. Aber der wirkt wirklich so wie, ja komm, ist fertig, hier, bam, hast du. Was ich auch noch erstaunlich finde, ich glaube, was man eigentlich auch noch ein bisschen positiv herausstellen könnte, ist, dass der eigentlich ein gutes Pacing hat. Also, der geht. Er hat keine Lenken. Genau, genau. Er geht aber ja auch nur eine Stunde 40 irgendwas. Und, also, das könnte man jetzt so sagen, also, an sich ist das ein schneller, in Anführungsstrichen, Spaß. Und das Problem ist, du musst halt Spaß haben. Und für mich war sogar dieser eine Stunde 40 irgendwas Minuten Film auch einfach zu viel. Also, ich wollte dann, ich hatte, ich wollte halt auch nicht weiterschauen. Also, es war für mich wirklich einfach nur so, er hätte von mir aus noch früher zu Ende sein können. Weil er fühlte sich trotzdem eigentlich irgendwie lang an. Ja, also, das muss ich sagen, ich fand ihn, er fühlte sich bei mir nicht lang an, aber es gab so ein paar Momente, wo ich immer so dachte, okay, jetzt ist einfach so das Maß voll. Jetzt ist mir klar, es wird nicht besser, werden höchstens schlimmer. Ja, ähm, ich bin ja auch jemand, der, wenn ich Figuren nervig finde, dann habe ich auch immer ein Problem mit dem Film. Und gerade Tiny Tina fand ich halt irgendwann nur noch wirklich, wirklich todesnervig. Es gibt diese eine Sequenz, du magst dich erinnern, wo sie durch diese, durch diese Gegend fahren, wo überall dieser grüne Rauch ist. Und man sagt ihr mehrfach, bitte mach das Fenster zu. Und sie macht es aber nicht zu. Und dann, warum auch immer, pisst denen ein Monster ins Auto? Und das, ich habe keine Ahnung, aber es wird nicht erklärt, das passiert einfach. Und da war mir schon klar, okay, nee, ich glaube, dass ab hier an geht es nicht weiter aufwärts, sondern eher runter. Und ja, solche Szenen gab es viele. Aber, und das ist vielleicht eine der positivsten Sachen, die ich dem Film vorhalten kann, ich fand ihn in der Hinsicht halt niemals langweilig. Und ich habe auch niemals wirklich Längen gespürt. Macht es den Film dadurch gut? Nein, ganz und gar nicht. Aber er ist, also überleg dir mal bitte, wenn das ein Netflix-Film gewesen wäre und der wäre zweieinhalb Stunden lang gewesen. Das wäre echt übel gewesen. Oh Gott, ich möchte gar nicht reden. Es erinnert mich halt so ein bisschen daran, weißt du, du weißt, irgendwie du machst gerade was Schlechtes, ne? Also du weißt, du hast schon verkackt. Aber dann versuchst du es einfach nur noch schnell zu Ende zu bringen. So fühlt es sich für mich an, was die Länge angeht auch. So weißt du, okay, du weißt schon, das ist nicht gut, deshalb einfach schnell jetzt hier runterrasseln, ne? Ja, ja. Und Hauptsache fertig. Genau, also wir haben so diese Checkboxen, die wir abhandeln müssen und am Ende kommt noch dieser große Reveal und dann, wie wir schon gesagt haben, der eine muss sich fürs Team opfern. Ja, das stimmt. Wobei, oh, das habe ich noch gar nicht erzählt und ich weiß gar nicht, ob es in der Kinofassung drin ist, aber das habe ich heute durch Zufall gesehen. In dem einen Trailer, da gibt es diese eine Szene, wo du siehst, wie die so eine Luke aufmachen, weißt, wo du so von unterhalb der Luke gefilmt bist, dass du die so um diese Luke stehen siehst. Und im ersten Trailer hat sich vor ein Filmfehler reingeschlichen, weil du siehst wohl, dass jemand von außerhalb denen hilft, die Luke aufzumachen. Also dann muss ich, wenn wir gleich fertig sind, versuche ich das nochmal zu finden und dann eventuell dir dann zu geben, weil das fand ich echt faszinierend, wenn so ein Filmer bereits im Trailer drin ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie ihn rausgenommen haben und mir ist er auch nicht aufgefallen, also das war dann jemand mit einem besseren Auge als ich. Aber das fand ich schon sehr bezeichnend, dass selbst im Trailer anscheinend schon ein Filmfehler drin war. Ja, bestätigt halt wieder dieses hingeklatscht. Ja, wirklich, ja, genau. Was ich auch noch kurz anmerken möchte, es waren ja auch Leute anwesend bei unserer Vorstellung, die auch wirklich spielaffin sind, die auch Spielfans sind. Und ich bin dann ja immer recht dankbar, dass solche Leute da sind, weil die natürlich einen anderen Bezug haben zu der Vorlage und eben auch zum Film. Und ich fand das den einen Herren ganz ulkig, der mitgezählt hat, wie viele Easter Eggs es gab. Ich glaube, es war irgendwie 86, also okay, cool. Und was dann auch nicht für den Film spricht, keiner der Borderlands-Fans, und damit meine ich Videospiele, hat wirklich gesagt, dass es ein guter Film ist. Die waren auch eher enttäuscht. Und das, wie gesagt, ich war damals im Warcraft-Film und da war die Stimmung anders. Und ja, was soll ich sagen, wenn du wirklich große Fans hast und selbst die sehr klar sagen, der Film ist nicht gut, dann hast du, glaube ich, echt was falsch gemacht. Ja, offensichtlich, also ja, ich glaube, das meinte ja auch eine, die da, die mit uns da stand, dass sie sich auch gefragt hat, für wen dieser Film eigentlich ist. Weil, also, ja, ich habe ihn jetzt halt eben geguckt, welche Möglichkeit hatte, ihn zu gucken, weil ich auch ein bisschen jetzt Videospiel-Verfilmungen in letzter Zeit sehr interessant fand, wegen auch einem Beispiel wie Fallout. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Leute, die die Spiele nicht kennen, jetzt groß damit was anfangen können. Ich glaube, theoretisch könnte sich der Trailer auch sehr abschrecken. Und ich glaube, Leute, die die Videospiele kennen, die werden das jetzt natürlich auch sehr viel mitbekommen, dass der halt absolut unterirdisch performt gerade. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch denken, ja, das spare ich mir jetzt mal. Warum? Ja, also, ich weiß, dass Borderlands eines von diesen Videospielen ist, wo ich mir seit ewiger Zeit denke, ich habe es früher mal angezockt. Ich würde dem gerne nochmal eine Chance geben. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Film jetzt dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht mehr Lust drauf habe, es mal zu versuchen. Aber ich glaube, so als Visitenkarte für dein Produkt ist das schon echt wirklich ganz, ganz mies. Ich muss sogar sagen, das fand ich so erstaunlich bei mir, während ich den Film geguckt habe. Ich habe ihn immer in meinem Kopf mit Fallout verglichen, mit der Serie. Und da ist mir wirklich aufgefallen, ich habe diese Serie geguckt. Ich fand die sehr stark und ich hatte das Bedürfnis, die Spiele zu spielen, weil ich wirklich von dieser Welt, also diese Serie hat es sehr gut geschafft, dich in eine Welt eintauchen zu lassen und diese auch interessant zu gestalten mit interessanten Figuren. Und das Ding bei Borderlands ist, ich habe gemerkt, dass ich theoretisch irgendwie sogar abgeschreckt wäre, jetzt die Spiele zu spielen dadurch, auch wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es auch wegen dem, was die Leute jetzt nachher gesagt haben, dass es nicht repräsentativ ist für die Spiele. Aber im Prinzip stellt es die Spiele auf eine Weise, wenn du es jetzt nicht besser weißt, einfach schlechter dar. Vielleicht ist die Welt von Borderlands auch vielleicht einfach so groß und so eigen, dass sie ähnlich wie bei Fallout vielleicht doch besser in einer Serie Platz gefunden hätte. Denke ich auch. Ich bin zwar kein Fan von Animes, aber so als Anime, glaube ich, hätte das, glaube ich, wesentlich besser funktioniert in Serienform als jetzt als Realfilm. Hä? Aber warum? Also das ergibt ja auch viel, viel mehr Sinn, weil Borderlands ja auch so ein bisschen diesen Comic-artigen Stil hat. Das hätte man ja auch so schön einbauen können. Ja. Weil dieses hier, du weißt, League of Legends gab es doch dieses Arcane, was ja anscheinend sehr, sehr gut sein soll. Ich habe es nicht gesehen. Und da hätte man ja auch so ähnlich auch Borderlands machen können. Ich denke jetzt gerade auch ein bisschen an Cyberpunk-Edge-Runners. Vielleicht in dem Stil sogar mehr. Falls du das kennst. Habe ich nicht gesehen. Ich kann dir so viel sagen zu Cyberbank. Ich war einer derjenigen, der sich die PlayStation-4-Version vorbestellt hatte. Und die liegt hier immer noch rum. Ich möchte nicht darüber reden. Worüber ich aber gerne noch weiterreden möchte. Und ich glaube, wir kommen so langsam in die Zielgerade. Aber wir haben es ja schon mehrfach angedeutet. Lass uns mal diesen Wettkampf jetzt machen. Ich würde jetzt, also du darfst gerne Rebel Moon mit reinnehmen. Aber mir wäre wichtig, weil Rebel Moon an dem Kino lief. Madame Web versus Borderlands. Was ist für uns der schlechtere Film? Und ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht. Und eigentlich bin ich kein Fan davon, von diesen Vergleichen. Beide Filme sind nicht gut. Ich glaube, das haben wir hier jetzt mehr als genügend klar machen können. Und wir haben ja auch zusammen Madame Web schon besprochen. Ich finde, und jetzt halte ich fest, ich finde aber Madame Web dann doch schlechter. Krass. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass Borderlands um so, so viel, viel besser ist. Das sind Dezenzen. Gibt es das Wort Dezenzen eigentlich? Es sind Nuancen. Das klingt doch besser. Es sind Nuancen. Bei Madame Web zum Beispiel hat mich richtig abgefuckt, dass diese armen Frauen da rumlaufen in Kostümierungen, die halt wirklich aussehen wie aus einem Schmuddel-Filmchen-Katalog. Also Sidney Sweeney läuft hier die ganze Zeit in so einem Schoolgirl-Uniform rum. Furchtbar. Bei Borderlands hingegen passt dieses Trashige ja irgendwie zur Welt. Ja. Das, muss ich sagen, ist okay. Dazu, bei Borderlands passiert halt immer irgendwas. Bei Madame Web eher nicht. Und nach der Sichtung von Borderlands hatte ich keinen Hass oder hatte ich einen Hass auf so einen komisch infektiven Roboter, aber nicht auf Pepsi. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich Borderlands. Ich weiß nicht, warum. Also, das Ding ist bei, ich glaube, was mich bei Borderlands halt so extrem stört, ist auch einfach, wie unlustig dieser Film ist. Also, er möchte halt etwas sein, was er irgendwie so nicht ist, so, weißt du? Das ist irgendwie so das, was mich so daran irritiert, weil er bringt tausend Witze, er, die funktionieren nicht, ne? Und er versucht irgendwie Action zu zeigen, die funktioniert nicht. Und er versucht coole Figuren zu etablieren, das funktioniert nicht. Und natürlich coole Figuren funktionieren jetzt auch nicht unbedingt bei Madame Web, weil wie gesagt, es gibt am Ende da so eine Szene, die ich auch wirklich wieder das schöne Wort Cringe finde. Also, wirklich sehr, sehr unangenehm zu schauen fand. Aber ich finde, Madame Web hat nicht diese schrecklich nervigen Figuren. Also, natürlich, die Figuren waren auch nervig. Also, zum Beispiel, die haben auch so diese dummen Entscheidungen getroffen, einfach so, wie jemand so dumme Teenager schreiben würde. So waren die geschrieben, ne? Aber für mich war es jetzt nicht so unerträglich, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, den Film nicht mehr zu sehen. Und das ist für mich, also, ich muss wirklich sagen, und die Charaktere hier waren für mich das so schlecht. Und ich finde, ich hatte, ich hatte noch ein wenig mehr Bezug, so ein bisschen zu, ähm, ich weiß ihren Namen auch gar nicht mehr von Madame Web jetzt, Hauptfigur. Kassandra. Ich hatte wenigstens ein bisschen mehr Bezug zu ihr, also, zu Cate Blanchett's Figur. Also, das fand ich viel mehr hingerotzt bei jetzt Borderlands, auch mit dem ganzen Plot da. Und, ähm, ja, ich fand zum Beispiel auch, dass, äh, Madame Web zum Beispiel, das ist irgendwie noch so die einzige positive Sache, die mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, dass der so wenigstens so diese nette Idee hatte mit diesem Toxic. Weißt du das noch? Wo dann klar wird, dass sie so ein bisschen in der Zeit halt rumreist. Ja, ja, ja. Wo dann die Mädels dann einfach mal auf der Flucht anfangen, warum auch immer, in diese Diner von den Jungs auf den Tischen zu tappen. Genau, und dann wird die Szene quasi immer wieder so zurückgesetzt und das Lied fängt irgendwie wieder auch von vorne an, ne? Das war zum Beispiel noch so eine Szene, wo ich mir dachte, ja, okay, so. Das fand ich irgendwie noch ganz nett. Weil, natürlich, der Film fällt dann ab, aber, ja. Ja. Also, ich glaube für mich, ich hab nur noch darüber nachgedacht, ich glaube für mich der Hauptgrund, warum ich Madame Web, äh, bei mir auf die 1 der bislang schlechtesten Blockbuster-Filme des Jahres setzen würde, ist, weil der Madame Web für mich so die Außenwirkung auch hatte, dass er sich sehr ernst nimmt. Ah, okay, ja. Und irgendwie versucht, äh, schon eine dramatisch, rhetorisch interessante und, äh, einprägsame Geschichte zu erzählen. Während Borderlands, ich glaube, der von der ersten Sekunde aus klar macht, ich bin halt Mumpitz, ich bin Schwachsinn, ja? Wie gesagt, Nuancen, ne? Also, ich, äh, glaub mir, ich bin dankbar, keinen beiden Filmen jemals wieder sehen zu müssen, das ist, das ist klar. Aber wenn du mir jetzt die Pistole an die Schläfe halten würdest und sagst, Stu, du musst jetzt einen dieser beiden Filme nochmal gucken, wen würdest du eher gucken, würde ich tatsächlich eher Borderlands nochmal gucken als Madame Web. Ich finde auch Madame Web sieht besser aus. Ja, aber dafür passiert bei Madame Web auch wenig, ne? Ja, okay. Also, Madame Web hat das schlechtere Pacing im Vergleich. Ja, 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 das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und, ähm, ist halt immer schwierig hier irgendwie, was ich, äh, Hundekot gegen Katzenkot zu vergleichen. Beides ist Kot, ne? Also, das, das, das ist, äh, ähm, und beide Filme sind ja schon in der Hinsicht unterschiedlich, aber ich wage die Prognose, beide Filme werden in meiner persönlichen Jahresendliste des Jahres sehr, sehr weit oben stehen, wenn es darum geht, was war nicht die größte Enttäuschung, weil ich habe erwartet, dass es nicht gut wird, aber halt die schlechtesten Filme. Ähm, aber ich glaube, weißt du, bei mir wird's Borderlands sein, aber Madame Web wird direkt danach kommen, ne? Also. Ja gut, das ist klar, also bei mir ist es auch, ich glaube, dann sind wir gleich, nur, dass wir halt die Titel geswitcht haben. Ich glaube, wir haben einfach andere so, ähm, Punkte, die uns mehr stören. Ja, also, das stimmt. Bei Madame Web, wie gesagt, ich, ich, ich kann es halt Borderlands zugute heißen, dass der Film zumindest zu jeder Zeit weiß, auch was er ist. Ja, das stimmt. Genre, Schwachsinn und Idiotie. Und Madame Web, da störte mich halt einfach, sie ist so, ja, wir erzählen uns jetzt eine richtig krasse und tolle und spannende Geschichte und die, diese total tiefsinnigen und diepen Figuren und auch. Ja, und das ist, ne? Aber wie gesagt, letztlich, ne, Code ist Code, da müssen wir nichts vormachen und, ähm, also ich glaube, wir haben jetzt, also quasi sollten wir uns eine Medaille ans Revier heften, Melanie, weil wir haben unsere Zuhörerschaft jetzt nicht nur vor Borderlands gewarnt, sondern nochmal vor Madame Web, den ist ja aktuell bei Netflix. Ich glaube, was, wenn wir jetzt nochmal Rebel Moon hier einordnen, ähm, und ich spreche jetzt von Rebel Moon 2, weil er dieses Jahr rauskam, Rebel Moon 1 war ja wirklich Ende noch 2023. Stimmt, ja, stimmt. Äh, deshalb spreche ich jetzt von Rebel Moon 2 und ich fand auch Rebel Moon 2 schlimmer als Rebel Moon 1, aber ich muss jetzt wirklich im Vergleich sagen, wo ich jetzt grad auch nochmal ein bisschen die Vergleiche gezogen hab, also, da strahlt ja Rebel Moon 2 im Vergleich. Es ist, es ist, es ist, es ist schon krass, wenn du überlegst, dass du jetzt quasi dem Landwirtschaftssimulator for Borderlands nennst, ne? Ne, aber weißt du, was zum Beispiel für mich jetzt nochmal so ein Punkt wäre, der für Rebel Moon 2 spricht, ist jetzt auch zum Beispiel so dieser Bösewicht, der definitiv von den ganzen dreien der interessanteste ist. Ey, auf jeden Fall, Ed Screen als dieser, als dieser super Imperator Darth Vader-Nazi, äh, pass auf, das ist keine, keine clevere Figur, aber der funktioniert für mich. Ja, der hat eine gute Präsenz. Genau, genau. Also, ey, überleg dir mal, wenn der Madame Web gejagt hätte oder die Borderlands-Leute da, der hätten aber keine Chance gehabt, das wäre, oh, das wäre, das wäre lustig gewesen. Ja, also, ne, ich, also, ne, da hat der auf jeden Fall schon mal den richtig fetten Pluspunkt einfach, der hat einen viel interessanteren Gegenspieler, auch wenn er natürlich sehr generisch ist auch, ne? Aber, ähm, und auch generell finde ich, dass Rebel Moon wahrscheinlich auch immer noch die besseren Action-Sequenzen hat. Ähm, also, bei Rebel Moon würdest du zumindest, äh, sehen und erkennen, wenn Cat Blanchard in die Kiste steigt, um nur drei Sekunden später aus der Kiste wieder rauszukommen, denn das hätte halt Zack Snyder in Zeitlupe gedreht, auf jeden Fall. Gäbe es in Borderlands überhaupt eine Zeitlupe? Ich glaube gar nicht, oder? Mm-mm. Das musst du mir ja fast wieder zugutehalten, oder? Ja, aber dafür war, hätte die Zeitlupe dir wenigstens geholfen, eben zu sehen, dass sie in die Kiste steigt, weißt du? Weil hier in diesem Fall war es so, dass du halt gar nichts gesehen hast. Weißt du, das ist eben das Gute an richtig geglückten und sauber gemachten Action-Szenen, da musst du keine Zeitlupe haben und verstehst trotzdem, was passiert. Ja, eben, stirbt langsam. Ja, Speed, Terminator 1 und 2, Raid, Mad Max, also, äh, aber gut, äh, das, das, äh, kommen wir hier nicht. Also, was mich interessiert, äh, die, deine, deine Top, äh, deine Flop 3, äh, sähe dann wie folgt aus, äh, Borderlands, Madame Web und dann Rebel Moon 2. Ich denke, ja, und ich bin sehr erstaunt, muss ich sagen, weil ich wirklich nicht viel von Rebel Moon halte, aber im Vergleich muss ich, also, da muss ich den ja wirklich loben. Boah, das ist, also, ich find's ja krass, dass unser Podcast am Ende noch mit sowas endet ist. Wo ich jetzt auch nicht erwartet bin. Weil, also, ich bin ja, also, ich fand ja, also, ich fand ja, Rebels to Moon 2 auch richtig scheiße. Ja. Also, ich mochte den ersten Teil ja ganz, also, das ist, was mögen. Er hatte Potenzial. Genau, auf jeden Fall. Und, ähm, ich fand's immer ein bisschen unfair, dass ihm immer noch vorgehalten wurde, dass er ja nur, äh, klaut, was er ja wirklich auch tut. Aber ganz ehrlich, dass, das, das tut Star Wars ja auch die ganze Zeit. Aber Teil 2 war halt wirklich echt übel, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich glaube, aus einer, ja, aus einer, auf einer effektiven Sichtweise, wenn du jetzt sagen würdest, Stu, du musst jetzt einen dieser drei Filme nochmal gucken, äh, ich glaube, ich würde dann auch trotzdem eher zu Borderlands greifen, weil ich glaube, das ist jetzt der kürzeste von allen. Stimmt. Ne? Clever. Ja. Come on. Ah, okay. Okay, ich glaube, wir haben's geschafft, wir haben euch, wie gesagt, wir, also, ihr kriegt das Komplettprogramm heute geboten. Wie ihr wisst jetzt, dass die Melanie und ich euch, äh, Borderlands nicht empfehlen können, äh, Madame Web hatten wir auch doof und mit Gravel Moon Teil 2 haben wir auch unsere Probleme. Ähm, ich hoffe, liebe Melanie, dass wir uns beim nächsten Mal hier hören und dann können wir über einen guten Film reden, es wäre mal an der Zeit, wie ich finde. Was, worauf ich jetzt Lust habe, was ich jetzt, glaube ich, gleich mal angucken werde. Ähm, stirbt langsam fünf. Nee, Tar. Oh, ja, das ist sehr gut. Tar gibt's, glaube ich, gerade bei Sky, ne? Genau, ja, weil ich hab grad richtig Bock, also ich hab irgendwie grad Bock wieder auf Cate Blanchett, aber so eine gute Cate Blanchett. Das, das, das fand ich ja so interessant, dass sie ja, äh, Tar gedreht hat nach Borderlands und während der Proben wohl, äh, also während der Proben oder während der Pausen von Borderlands halt geprobt hat für Tar. Und was muss das für ein tolles Gefühl sein, wenn du sowas wie Borderlands abgedreht hast und es auch nur angenommen hast anscheinend, weil dir langweilig war während Corona und dann kannst du sowas wie Tar schenken. Alter, die Diskrepanz, wirklich. Ja. Ich mein, ich hab den Film ja noch nicht gesehen, aber ich kann's mir trotzdem ausmalen, wenn ich einfach nur das Titelbild sehe. Also, äh, Tar, ich sag mal so, großartiger Film bei mir, ich würd sagen, 8,5 von 10, von 9 von 10, so in der Kategorie. Also der ist wirklich richtig, richtig stark. Aber erwarte bitte nicht, dass, äh, Cate Blanchett, äh, Pistolen schwingend aus Kisten hüpft. Nee, ich, äh, also was ich irgendwie mitbekommen hab, ist die so ein bisschen Toxic drauf, ne? Ja. Oh, da freu ich mich. Das ist, also, ja, das ist, also, äh, die Figur der Lydia Tar, der, die verdient auch die Bezeichnung Charakter, definitiv. Geil. Ja, darauf hab ich jetzt richtig Bock. Du hast es dir auch verdient, meine Liebe, weil wir haben jetzt hier eine Stunde lang über Borderlands, über Madame Web und über Rabbit Moon 2 geredet. Ähm, ja, ich bin selbst durch, merke ich gerade. Ähm, ich glaube, Fazit können wir uns sparen, oder? Schaut es euch nicht an. Genau. Ähm, ansonsten, du machst aber noch eine Solo-Besprechung, äh, auf deinem Kanal Melanie Kali auf YouTube, ne? Ja, damit ich, äh, nicht das Gefühl habe, dass meine Zeit komplett verschwendet wurde. Dann dachte ich, kann ich jetzt wenigstens noch in irgendwas Produktives umarbeiten, weißt du? Ja. Ich möchte hier nochmal kurz ein Shoutout machen an meine, meine werte Kollegin, die sonst immer, genau wie ich, mit dem Zug anreist und extra für Borderlands sich das irgendein Auto organisiert hat, Spritgeld ausgegeben hat. 8 Euro. Und dann auch noch unglücklicherweise, ja, im teuersten Parkhaus in Köln untergekommen ist und für gefühlt zwei Stunden irgendwie 8 Euro ausgegeben hat. Das ist mal ein Satz. Also, liebe Leute, ich weiß ja nicht, wie das bei YouTube funktioniert, aber bitte geht auf Melanie Kali's YouTube-Kanal und guckt da alles durch, damit die Frau ein paar Kröten zurückbekommt, weil die hat wirklich, sonst wird Borderlands für sie nämlich nicht nur ein monetäres Verlust geschäft, sondern auch ein geistiges. Das wollen wir. Das war's ja schon zum Teil. Ja. Okay. Gut. Dann sage ich endgültig hiermit Tschüss. Das war's bei unserer Besprechung von Borderlands. Hier seid nochmal gesagt, ihr startet am 22. August in den deutschen Kinos und habt, glaube ich, seine Deutschlandpremiere auch bei der Gamescom in Köln. Wie passend? Ich gehe da nicht hin. Ja. Denkt dran, ihr könnt uns gerne liken und folgen und kommentieren. Überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite. www.tele-stammtisch.de Und wir haben auch einen Community-Server, tele-stammtisch.de slash Discord. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben und mit uns über andere Sachen reden, auch über gute Sachen, auch über Serien. Also gerade, glaube ich, ist aktuell wieder der neue Trailer erschienen hier von der Heide-Ringe-Serie. Da wird fleißig diskutiert. Könnt ihr uns gerne anschließen. Wir bieten wirklich viel mehr als Borderlands. Und damit sind wir hier durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss. Und Melanie, dir gebührt das letzte Wort. Tschaui. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.